Wohin gehen wir gerade? Wir drehen gerade unser neues Format. A.O.B. Kleid auf. Mein Name ist Albani, ich bin ein wenig krank. Das ist mein Bruder Ahmad, hinter der Kamera Seko. Wir sind hier gerade am Arsch der Welt. Ostkreuz. Und suchen unsere guten Freunde von 16 Bars auf. Wir haben eine Herzensangelegenheit, den Geschenken vorbeizuführen. Wir haben ja unser Lied nicht geteilt und haben uns dann ein Statement geschickt, dass die Redaktion sich dazu entschieden hat, das nicht zu teilen. Und da wollten wir einfach mal fragen warum. Kiffi, Kiffi, du weißt. Beste Hase macht drei. Ringshaaruf an den Markt. Ab da vorne. Wie geht's? Hallo, wie geht's in? Auf rechts raus. Wie geht's von 16 Bars? Vorderauf. Wir haben noch Geschenke vorbeizuführen. Warte, 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 warte. Wenn ich das hier gar nicht gesehen habe, wir hatten hier extra Geschenke bei, Alter. Ich stehe, holen sie. Und? Oh, ey. Die Samplup, Samplup. Die Samplup-Warte. Die Samplup-Warte. Komm mal noch mal raus und ich fick dich. Damit sie sich die 10 Euro sparen können, so, da ist die... So nett sind die eigentlich. Winter. Risch der Mieser war das. Risch der Mieser. Risch der Mieser. Yo, yo. Axel am Start. Axel. Strach am Start. Axel, was sagst du zu 16 Bars, Bruder? Ja. Was sagst du zu der... Kann man mal machen, oder? Kann man mal machen, würde ich sagen. Kann man mal bei den netten Leuten vorbeikommen, oder? Ja. Ich bin ja... Ich hab ja kein Problem mit Ago TV. 16 Bars. Wie die alle heißen. Hip-Hop-Devus. Was ist los? Aber teilen wär auch mal geil. Ja, auf jeden Fall. Aber ich teile auch nicht alles, ja? Ja. Was Gutes. Deswegen haben wir uns ja jetzt getroffen, weil... Heute hören wir nichts auf. Heute bedanken wir uns nur bei den Leuten, die stabil geteilt haben. Mit ein paar kleinen Geschenken. Cabri-Sonne. Damit die Darbys besser nehmen können. Und damit die mit der Cabri-Sonne schnell... Und sass. Yallah, yallah, es ist Wochenende. Es ist Wochenende. Box in den Locken. Back voller Kosten. Straff und besassen. Nacht in den Gossen. Schön auf der Treppe. Refil'ne Tablette. Schmell und der Hecke. Ach, Israel? Ja, ja. Oh, Daniel. Freut mich, Almani. Abiert. Und ihr habt ja stabil unser Video geteilt. Und wir waren auch bei den bösen Leuten, die ihn nicht geteilt haben. Und haben denen ein paar Ansagen gemacht. Und deswegen dachten wir, wir kommen ja mal zu euch und bringen euch ein paar Geschenke vorbei. Herz aber liebst. Für die Mittagspause. Ja, ich merke das schon. Tag schön. Hallöchen. Schönen guten Tag. Ja, hoher Besuch hier heute. Wir wollen einen Tüten Chips vorbeibringen, glaube ich. Ja, das ist alles gut gegangen. Von Capri-Sonne. Chips und Capri-Sonne. Danke. Danke. Ja, ja. Kein Problem, nicht dafür. Kannst du mit reinnehmen. Na gut. Ey, danke euch. So. Ja, danke auf jeden Fall. Wir haben's zusammen. Danke. Ja, macht doch Spaß, ne? Ja, ja. Wenn man hier nicht schimpfen muss, dann macht das auch Spaß. Was hast du wieder echt mitgenommen? Hm? Was hast du echt mitgenommen? Für Rap-Day noch? Ja, natürlich. Aber da sind doch zwei, beide Büros sind da oben. Erstmal hier oben stand nur Juice dran. Nein, nein. Du musst auch noch mal Rap-Day. Ja, oh mein Gott. Ja, Allah. Hallo. 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 Hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich. Wir wollten nämlich mal Geschenke vorbeibringen, weil wir unser Video geteilt haben. Ah, okay. Ja. Okay, das war ich aber nicht, der das gepostet hat. Ist ja egal. Du kannst den Kollegen trotzdem noch. Sehr cool. Hi. Ich wünsche euch was, ne? Tschau.